So Leute, ein Video mit Streichhalsern diesmal. Feuerzeug funktioniert nicht. Ist das jetzt ausgegangen? Nein, oder? Ähm, das ist ein Problem. Weil da war bei KS drin. Aber das sieht wirklich komplett ausgebend aus. Naja, liegt wahrscheinlich an der Visco. Ich warte jetzt noch bis anderthalb Minuten, dann geh ich mal langsam hin. Alter, ist das kalt. Naja, andererseits hätte ich sowieso einen Vorbranner eingebaut. Mach einmal nochmal schauen. Boah, das ist ja nur still. Ähm, ja, das ist ein richtiges Problem. Ähm, da zünde ich die Visco nicht nochmal an. Also ich mach wahrscheinlich eine neue oder keine Ahnung was. Ich mach es einfach. Aber, das ist erstmalig.